Was? Du verkrampfst deine Hand. Entspann dich, ganz locker bleiben. Jetzt übertreibst du aber. Oh, hey. Okay, jetzt zieh mal dran. Gut. Gib mal her, ich zeig's dir. Nein, 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 von mir bekommst du keine Zigarette. Reg dich ab. Willst du diese Rolle nun haben oder nicht? Los jetzt. Also gut, dieser Glimmstängel ist keine x-beliebige Zigarette. Nein, er ist sowas wie der sechste Finger an deiner Hand. Bitte. Diese Zigarette versetzt dich in eine andere Welt. Du fühlst dich wie Gott persönlich. Vermisst du's? Nein, wieso? Nun denn, rauchen wir.